Papa, ich bin Vize-Weltmeister geworden. Vor drei, vier Jahren habe ich mir auf einmal gesagt, weißt du was, irgendwann werden wir ein Profi. Nein, ist okay. Bist verrückt. Ich habe dann einen Anruf gekriegt, dass ich für die Welt geplant bin. La Vuelta. Es ist die Spanische Tour de France. Es ist wie ein Marathon für drei Wochen. Das ist brutal. Ich wollte Herausforderungen, nein. Diese Herausforderung habe ich jetzt auch bekommen. Mit dem ganzen Stress, mit dem Hubschrauber, da stirbt jemand. Big crash in the peloton. 100 Jahre aus Cycling, das hat nicht mehr passiert. ... Janesha Szinklitzel Untertitelung des ZDF, 2020